Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Hartmann Sigg und ich bin Unternehmensberater, Trainer, Speaker und Autor zu drei spannenden Themen. Zu diesen drei Themen bekommen Sie auf diesem Kanal immer wieder Tipps, Anregungen, aktuelle Trends und Infos. Um welche Themen geht es? Thema Nummer eins, Key Account Management. Mit 26 wurde ich Key Account Manager. Zwei Jahre später habe ich meine erste Führungsaufgabe übernommen. Und seitdem fasziniert mich eine Frage extrem. Was zeichnet Key Account Management wirklich aus? Was ist Excellence in Key Account Management? Wie kann ich die richtigen Key Accounts identifizieren? Und wie kann ich Key Account Management so nutzen, dass ich einen wirklichen Wettbewerbsvorteil damit erzielen kann? In dem Bereich viele Bücher geschrieben. Wichtigste ist sicherlich das Buch Key Account Management. Nach diesem Buch haben schon viele Unternehmen ihr Key Account Management eingeführt bzw. weiterentwickelt. Oder der eine oder andere kennt vielleicht auch das ja das Graue, der Key Account Manager, so ein bisschen das praktische Nachschlagewerk für alle, die unterwegs sind. Oder die Klassiker, so der strategische Key Account Plan, mit dem man so Stück für Stück einen Kunden oder Key Account analysieren kann. Das zweite Thema, Sales. Vertrieb, Verkauf im B2B-Umfeld. Was mich da besonders fasziniert, sind so zwei Aspekte. Das eine, wie kann ich Blindleistung möglichst stark reduzieren? Das heißt, mit anderen Worten, meine Hitrate nach oben bringen. Gezielt auf die richtigen Kunden, mit den richtigen Methoden zugehen, um eine möglichst hohe Durchschlagskraft zu haben. Und das zweite ist, was kann ich tun, um meine Kunden zu begeistern? Bücher in dem Bereich, der eine oder andere kennt es vielleicht, Sales, Alpha Fox Faktoren im B2B-Verkauf, das ich zusammen mit meinem Kollegen Andreas Goldmann herausgegeben habe. Und dann, lange Zeit wirklich nur ein persönliches Hobby von mir gewesen, aber dann habe ich Kunden dazu gebracht, es auch ins Trainingsangebot mit aufzunehmen. Das ist das dritte Thema, Produktivität. Steigern Sie Ihre Produktivität jetzt, eins der Bücher dazu. Was mich unheimlich auch beschäftigt und antreibt ist, wie kann ich meine persönlichen eigenen Ressourcen so zielgerichtet, effektiv und effizient wie möglich einsetzen? Tue ich wirklich die richtigen Dinge? Und das geht wirklich von Infragestellungen der Tätigkeit bis hin zu ganz smarten, einfachen Tipps und Tricks im Bereich Outlook, Ablage und ähnliches. Wenn Sie eins dieser drei Themen oder idealerweise alle drei Themen faszinieren und begeistern, dann sind Sie hier genau richtig. Dann sage ich gerne gleich den Kanal abonnieren hier unter. Wer auch immer wieder News und Updates dazu möchte, gerne mein Newsletter abonnieren. Dort gibt es einmal im Monat Tipps, Tricks und aktuelle Trends in diesen drei Bereichen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis irgendwann, Ihr Hartmut Sieg.